Hallo ihr Lieben, ich habe mal ein anderes Video gerade für euch und so bin ich gerade nach hause gekommen und habe vom Nachbar ein Paket erhalten und in dem Paket ist ganz, ganz, ganz viel Wolle. Und zwar hat die Jasmin, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, falls nicht, verzeih mir bitte, die hat mir ganz, ganz viel tolle Wolle geschickt und zwar heißt es Schulana Bandeau und ist in so einem, ich weiß nicht, wie gesagt, Taubenblau, das ist so ein Taubenblau und das ist eine Schweizer Firma und die machen echt ganz, ganz tolle Wolle und ich weiß gar nicht, was ich noch machen werde, ach so, ich habe das vergessen und sie hat mir noch geschickt, solche richtig fetten Stricknadeln, sind so fünf Zehner, ich weiß es nicht, ich hoffe, also das sind so richtig fette Stricknadeln und wir haben ja eigentlich schon lange nicht mehr gestrickt zusammen, also wäre einmal eine Idee, ein Strickvideo wieder zu machen, aber was ich mache, verrate ich euch natürlich nicht. Ich überlege mir auf jeden Fall was Schönes und noch so ein Haken, das ist ein Zehner, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist auf jeden Fall ein Zehnerhaken, auch so ein richtig fetter, das passt zu der Wolle echt ganz gut, weil sie ist so, die ist so richtig breit. Also der Name sagt schon Bandeau und das ist so wie ein Bändchengarn, so eine Wolle und die besteht aus 44% Schuhe, Wolle, Merino, 43% Acryl und 13% Polyamid oder Nylon. Also ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür, ich freue mich echt riesig und mir schwirren so viele Gedanken im Kopf um mir, mal schauen, was ich daraus zaubern kann, was ich daraus Schönes machen kann und ich wünsche dir Jasmin eine ganz, ganz gute Besserung, erhole dich gut und danke nochmals für die Sendung und euch viel Freude auf die neuen Videos. Ciao, ciao!